Dies ist ein Eukalyptus Digeridoo, eher klassisch, ich würde fast sagen schon traditionell, wie ich es kenne. Nicht zu lang, nicht zu kurz, schöner Schaltrichter, sehr gut ausgearbeitet, geölt von innen, außen mit Acryllack behandelt. Wachsmundstuck ist drauf und eignet sich hervorragend für schnelles wie auch langsames Spiel. Hört sich folgendermaßen an. Wachsmundstuck So zu spielen oder auch ohne weiteres Auf diese Art und Weise. Also ein schönes, nicht zu langes Eukalyptus Digeridoo, von Termiten ausgefressen, schöner Sound, langsam wie schnell zu spielen. Gegendruck ist so mittel der Gegendruck, also nicht zu stark der Gegendruck, aber auch nicht zu wenig. Ihr solltet es mal ausprobieren, sehr schönes Instrument.